Hierher? Nee, nur Krähen gehört. Dann würde ich die Sonya jetzt erstmal kurz nehmen, hier. Ja, kann sein, dass sie hier gleich kommen. Äh, einer läuft schon raus. Kann ich hier raus? Ja. Da hockt er doch, oder nicht? Da hat er gerade gehockt. Ja. Hit! Ja. Ist jetzt da lang? Einer hier unten. Einer hier unten, Robert, der ist viel gefährlicher. White Shirt? Frau? Hier? Ich seh's nicht, ich seh's nicht, ich seh's nicht. Komm mal wieder zurück, komm mal wieder zurück. Ja, ich komme. Einer da raus. Unter Brücke? Unter der Brücke, mein ich. Er ist gleich auf der Brücke, rechts von der Brücke. Headshot down. Sie hat Bogen, oder sowas? Da. Hat ein Hit. Sehr gut. Trotz Position wechseln. Da. Hit. Hit. Warte. Wieder Hit. Oh shit, ich bin gleich down. Ich hab aber auch nicht mehr so viel. Sei der Busch. Hier. Komm mal wieder hier zurück. Ich kann grad nicht. Wenn ich jetzt laufe, schießt du mir in den Kopf. Ich hab nicht mehr so viel Leben, Robert. Ich hab einen großen Balken verloren. Du könntest hier rüber springen. Ja, warte. Wir haben sie doch jetzt gleich. Die hat sich doch immer noch nicht geheilt. Schießt auf mich. Da am Baum. Hinterbaum. Auf mal. Hier. Ich hab mal wieder. hat eine hit blutet einmal hätte schuld oder aber mich auch geld schottet gibt es doch gar nicht das ist mir zu blöd und ich hab die hat 5 hp die hat 5 hp samstag kann jeder machen was er will sonntag ist die hochzeit montag abreise oder die leute da kommen leute oder oder wem gehört das pferd mir nicht die heiflich da kommen leute mit ihr pingen danke hat ein hit ist da stehen oft fässer sieht die irgendwer kann die irgendwie anschließen ich gehe kurz hoch keine fässer da liegt immer noch versuchte immer schnell so brett ne brennt nicht brennt nicht ich versuche dir mal schnell zu blockieren auch vielleicht mal kurz ein bisschen schützenhilfe ja warte ich gehe um ans fenster wir schreit ist blockiert da ist ein rotes fasst ziemlich weit hinter ihm aber mehr auch nicht der clou auch ist bei ihm okay ich habe kein flaschett in der schrubblinde wieder nicht zum kotzen in der nähe hockt auf jeden fall noch irgendwo wer wahrscheinlich hier oben drin also der clou hat die schrien als ich da in der nähe war hat er eine lampe oder so was ja ich habe hier oben welche drinnen ja zu dem anderen hat war mal die anderen aus der reserve locken kannst du dir noch mal pingen von hier gar nicht unter meiner konzertina da an dem balken der liegt dahinter den siehst du von da nicht und jetzt aufpassen wo die choker kommt dann wissen wir wo sie sind ich gehe noch mal außen rum dass ich hinten rum ja da hinter dem haus oder hinterm zauber michel gehst du recht rum ja 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 das vorne auf der straße keiner lang kommt da hinten an der ecke ja ja genau oder ja ja da war einer wollte auch gerade ping er ist immer noch da kann ja aber sein dass er jetzt rum kommt zu dem anderen weißen haus also dass er hier kommt ich nicht mal vorne ins fenster da ist wieder auf der ecke wo guckt er denn hin wieder hier auf der ecke ist jetzt völlig frei jetzt bin ich schon hinten vor das wort zu mir geschreien schießt auf mich jetzt runter gesprungen außen auf der straße michel müsste irgendwo hier da ist er runter gesprungen an dem zaun nein der zaun und ist außerhalb die definitiv außerhalb der dude fackelt auch noch schön dann ist er dann ist er hinten rum gerannt dann kommt er hier vielleicht gleich irgendwo aber ist halt alles nur vielleicht halt immer noch einer könnte okay okay oder ab oder ab oder ab oder ab oder ab dann wird das bestimmt abhärend sein ist jemand am clue dennoch blökt querschläge auf mich aus dem fort ja das komfort oder schießt hier rüber holt noch holt noch ja 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 wieso habe ich denn eigentlich ein sniper und keine sniper optik ist das für eine behinderte scheiße ich schmeiß da mal eine joke oben rein sehr bescheuert das habe ich übrigens wie gesagt die stehen hier hinten da auf der brücke ist ein schwarzmantel der guckt hierher und schießt auf ping am holz also brücke oder fort direkt also er hat genau auf ding und neider glüht läuft jetzt nach rechts aber war der schwarzmantel wirklich auf der brücke oder oben auf dem fort auf dem steg hier auf ping auf dem ping also ja 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 der crotch der crotch der night erklärt noch mit der glätte habe ich getroffen ja sehr gut wo ist er hin ist nicht mehr hinter ja doch aber hinten weiter runter hier ist wieder hier bei mir ist wieder ungefähr ja los zu rüber zurück kann aber nicht sagen mich michael ach nee du hast ja den ding schon angezündet schade da ist eine lampe michael wo bist du ach du bist schon zurück ach der ist hier hier ist sie wieder hinter dem haus ich werde beschossen hier ist genau da ja ich komme auch wieder ich wollte den blackout kurz anzünden aber ich wusste nicht wo er war also auf mein ping hier hinter dem haus ist ja und ich kontrolliere ich gucke auf die brücke ja das kann ich geschützt machen wieder die dunkelhäutige frau ja schiebetür ist aufgegangen unter mir und hier ist drin ja dann da hat sich los ruhig nettes loadout kann man mal machen drücke ist ruhig bisher aber kann auch sein dass ich schon wieder aufgehoben haben hast du die tür wieder zugemacht ja einer könnte noch luden wenn er will noch also ich würde gerne auf die brücke gucken bis ihr noch mal geguckt habt ob der da noch liegt ja ja ich würde dann gleich eine lampe da mal mit hinnehmen ich brauche noch einmal kurz muni eine kiste wäre geil ja irgendwo hier drin ist in einer großen scheine ich hätte geschossen ja das ist lebelle dass der neid ecke leidt schießt er dann bitte das klang wieder nach brücke ja und nehmt das fort glaube ich sogar da hat es geblitzt kurz und das feuer alter verwalter er hat auf jeden fall auch versnipe regelt da für mich freuen wo ich da an ihm dran war ich war ja so 40 50 meter vor ihm das war es aus wie eine normale lebelle wir könnten jetzt natürlich hochgehen einfach so aber der blackout der muss leiden jetzt weiter von wo hat er den bitte geschossen kannst du noch mal ungefähr ping wo du den blackout erschossen da ist er da hinten sitzt da wo ach so da ok kannst du mal so da sitzt der neid ok und der blackout ist hier welcher der neid eckeleiter um auf dem sims ach da ja ich sehe ich gucke das müsste tot sein ich gucke nach dem blackout hier liegt keiner michael kannst du noch mal ping da kann ich ihn eben durch die durch die bücher wackeln sind gehabt der headshot und gekriegt also müsste ich gleich ja das hast du aber schon ein paar mal gesagt und dann waren trotzdem nicht tot aber ja wir glauben es dir jetzt mal eigentlich hast du ja was hast du für eine waffe musik ja das sollte funktioniert haben irgendwo meine lampe hingelegt hier also blackout weiß ich nicht sehe ich hier nichts auf der brücke denn du hast du hast du hattest ja vorhin schon gesehen also muss er wechseln nee ich habe den vorhin auch nicht gesehen gar nicht so ich sehe es auch keine bewegung ich kann dahin nehmen wo liegt er hier oben oder hat okay blackout lebt ist in dem offenen haus irgendwo wetterly marxman muss irgendwo da sein ja ja genau michael ping vorher bitte damit alle wissen was los ist läuft nach links ne robert oben um ja der muss in dem haus jetzt sein aktuell hier ja hier auf dem sind der ist von da ist ein haus da ist er lang geflitzt er rechts als links sehr gut jetzt mich schnell holen müssen irgendwer jetzt sprechen wir mal durch hier das haben wir noch ein pferd da ja ja weil die haben ja jetzt vielleicht zwei tote vielleicht wird blät mal auf einem schulium das schade da hat er was gehauen drücken 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 direkt über mir ja ja ganz aber wenn der necromancer ist ganz probieren habe ich nicht bist aus oder ja robert urs necromancer oder ja könnte es unten in die mine hüpfen und mich von da aus holen ja aber ist halt ja oder michael flitzt einfach so ein bisschen durch die büsche und du hüpfst unten in die mine rein weil es wird gleich haarig weil das bounty ist bald raus dauert zwar noch moment aber dann wollen alle hier unten raus also die und wir ja ich will muss er ist das scheiße die blick den dings wieder du hättest jetzt unten in die hüpfel unten in die mine du bist der einzige der mich machen ja das aber wie gesagt zombies und ja das schaffst du schon was ein messer oder sowas michael rennt da jetzt mal wild durch die büsche und schießt will drum irgendwo alles fernab vom fort hat hier stark ist tot ist tot ist tot ist tot danker 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 die munition der bau am exit sind auch schon welche naja wir sind immer noch über uns jetzt eine kleine panik toll wie sollen wir jetzt hier rauskommen wenn wir hier rauslaufen sind wir tot ja hier war heal ja das ist jetzt crazy die laufen jetzt auch sei die war noch schon das war richtig dumm sprengbolzen armbrust schussbolzen wichsen die sind da hinter der hütte links ein stück links da in dem karré am wagen fast am wagen eigentlich warum glitscht man hier immer so rum ja ihr brennt beide lichterlucht so freunde ja 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 kann nur ein so freunde eine hat auf jeden fall eine shotgun die argomarie hat nur den spektakulär Geht ihm das nicht. Text keep this with you. fix das alter double kill jetzt ist eine kiste geworden ist hier vorne drin oder wahrscheinlich ja klaus ja beziehungsweise im gebäude glücklich oben auf dem dach tier 1 melonenhut white shirt graue weste los geht noch mal an der kante lang da oben ist er linke kante headshot kommt noch irgendwer krabbelt eine leiter hoch er kann der dynamit nicht so weit schmeißen ab eben wäre besser gewesen noch mal hier den fahrstuhl an mal gucken was passiert beide oben ich fahr jetzt mit dem fahrstuhl aber hoch einer ist drinnen beide hier unten jetzt drin ich habe ihn knapp verpasst hat sich geheilt jetzt schmeißt er was wir haben den eingang hier zugemacht schmeißt er eine halfbomb könnten jetzt hätten wir den moment wo wir auf abstand gehen können weil das white shirt ist one shot das meine ich damit warum denn kommst du zu mir ich glaube zu dir ich will bloß gucken dass wir uns jetzt nicht vom dach kriegen ne da war gerade noch feuer und alles das brennt jetzt noch eine weile da haben so eine hellfire hingeschmissen einmal kurz hier hast du serpant gehabt oder was ne die der hat den noch oben auf dem dach geholt und dann bin ich schnell hochgelaufen und dann bauen die ach so die laufen zum wagen also ab auf die brücke die officer carbine ist einfach so ein fucking headshot clicker die andere kack bauen die ach da irgendwo da ja hinterm turm ja ich sie halten ich habe nur eine uppercut neben dem turm oh shit oh shit das white shirt ist und hier ist ein anderes white shirt hinterm turm beide ich werde gesilenz robert hilfe naja ich du musst komm mal hierher ne geht nicht ja geht nicht ich weiß nicht ob die das sind das kann auch wer anders gewesen sein oh sind schon hier bei mir klaus bin gleich da beide bei mir ne denn das ist wer anders die bounty ist noch im wald ach so ja 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 hast recht ja komm jetzt hier so auf diese seite ja die sind hier im turm ne hier hinten tür aufgemacht ja oh ja doch am turm unten eine am turm white shirt hat hit das ist doch der mit der salister waffe der muss doch mal sterben der junge jetzt zwei hits jetzt hier hinten und jetzt rumgelaufen ja ja hier sind hier durch glaube ich hat sich die bounty geschnappt hä aber wo sind die 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 haben die stahltür aufgemacht laufen jetzt hier hinten rum ja ich brauch mal einen kleinen moment auf und zum auskennen ja ja aber dann sind auch noch mehr du schießt dann japan keine ahnung von wo dieser scheiß white shirt macht uns langsam lasst sie ruhig gehen ja ich werde schon beschossen alter wieder hat mich erschossen legt mich an die füße hast du necromancer er ist noch weit weg also könnt ihr doch versuchen nehmen den butcher erst zu machen der ist noch oben bei devint ja das sieht gut aus dann kriege ich meine beiden wieder du müsstest jetzt rausziehen die kommen die sind schon recht von dir alter aber oder sind mehrere leute ja rüber geil 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 alle schlangen eingesammelt die schweine oh ne da hinten sind noch welche oh ihr hüpft wer ja alles klar ich habe ihn gesehen er hat mich gesehen hat mich sofort erschossen event hunter das ist witzig ist auch nur der eine glaube ich der ist genau bei dir drinnen oben nur am anderen ende warte mal ruhig noch genau vielleicht kannst du da oben eine lücke finden wo du durchschmeißen kannst aber lass lange vorkochen geil weiter rechts von hier hinten drin ja 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 Sauber, Robert, sehr stark.